Eine Erinnerung. Was ist denn das für ein Zeichen? Ach, der Stift. Wunderschön. Ungewöhnlich vielleicht, sogar unglaublich. Aber fast nichts ist einzigartig, Alice. Du warst nicht das erste Brick-Holm, um durch Feuer zu verletzen. Sonst wäre sie sicherlich nicht zehn Jahre in der Irrenanstalt gewesen. Und in der Behandlung von Dr. Bambi. Und unter Beeinflussung von Nurse Whitless. Nein, nicht nicht springen. Danke, Alice. Da stockte mir das Herz. Wobei ich ja zugeben muss, so angenehm ich das auch finde, dieses Nicht-Game-Over-Gehen-Können, finde ich ein bisschen schade. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dieses... Ja, man springt in eine Schlucht und wird sofort wiedergeboren, ohne ein Leben zu verlieren oder ähnliches. Oh. Nee, 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 nee. Komm. Los. Mach die Bombe. Ich meine, ich kann ohne... Hä? Hallo? Willst du mich verarschen? Was machst du hier, Alice? Wer kommt? Ich weiß nicht so recht was. Ja, komm. Give it to me. Dum-di-dum-dum-dum-dum. Noch was? Nein. Doch nicht mehr. Und die nächste Ausdruck weckt. Wir brauchen noch den Stern, den Stern, den Stern, den Stern! Hör auf, Trauung zu nehmen. Bitte. Wir brauchen noch den Stern, beziehungsweise ja, den Star, je nachdem. Könnte also sein, dass es sich beim letzten Star um einen Star-Fisch handelt. Also um einen Seestern. Mal gucken. Wir wissen es nicht. Hier kann alles passieren. Hier kann Alice passieren. Höh! Äh. Ich bin wieder albern, man merkt es schon. Oh yeah. Da geht es auch schon weiter, so wie wir es aussehen. Was ist das? Ein Rätsel? Wollt ihr mich verkackeieren? Nee. Echt jetzt? Hilf mir, Alice. Dieses Poster für die Show. Es ist verurteilt. Wenn ich es nicht wieder zusammenbauen kann, Carpenter wird meine Pfeil schraubt. Oh. Was schön. Wie kann ich das tun? Ach, da oben muss ich hoch. Okay. So, ich muss jetzt erst vier Blöcke sammeln und dann kann ich diese Herausforderung starten, aber ich darf das nur in einer gewissen Anzahl von Zügen machen, weil sonst... ...ie ist vorbei. Ich hasse solche Puzzle. Ganz im Ernst. Ich mag die nicht. Mal sehen. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Außerdem ist das ein Spruch, den du schon im ersten Teil gebracht hast. Du blöder Kater. Oh oh. Oh nee. Komm, nicht euch. Nicht, nee. Euch mag ich nicht. Das wisst ihr doch. Hört auf. Nein, hört auf. Oh Gott. Nein, ihr seid zu viele. Zu viel des Guten. Leckland. Alice. Alice. Waaah! 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 Hop da! Alter! Was mach ich hier denn bitte? Würdest du bitte mal aufhören, mich zu beläffen? Dummes Stück! Au! Ich habe den Überblick nicht! Ja los komm her! Arschloch! So! Oh! Ja komm! Komm doch! Geh noch einen! Langsam dürfte ihm seine Kanone mal abfallen! Hallo! Tu was! Okay, dann nicht! Ich muss halt so einen aufs Maul kriegen! Das soll mir auch recht sein! So! Ne, aber echt mal jetzt diese immer wiederkehrenden Lags von zwei, drei Sekunden stören mich! Kann man sich das vorstellen? Ich meine, es ist jetzt nicht so wild, ne? Aber, äh... Hä? Warum? Warum gibt es die? Hä? Wie? 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 W aww! Sei ruhig! Muss ich das da jetzt hinlegen? Nö. Ja, wo muss ich denn dann hin? Bin ich etwa in die falsche Richtung gelaufen? Ja, es ist auch vorne. Achso. Okay. Stop whining! Alice! Alice! Danke. Ach, das deprimiert mich jetzt schon wieder so ein bisschen. Ich möchte so gerne, dass das Spiel grandios wird, aber es ist leider... Ah, ja. Okay. Ja, gut, ne? Ne, so geht das schon mal nicht. Habe ich irgendetwas nicht beachtet? Ach so, ja, okay. Alles klar. Okay. Ich weiß Bescheid. So, gucken wir mal. Ja, das ist natürlich ganz grandios. Das war auch total falsch. Da ist der Metzger doch mal wieder grandios daneben gesprungen in seiner nicht vorhandenen Geduld. Ah, was ist los heute? Es ist wahrscheinlich einfach zu heiß. Wilf! Wilf! Ja! So geht es natürlich auch. Oh, ja, hör auf zu heulen, Fräulein. Ich helfe dir doch schon. Dumm-Di-Dum. Oh! Alles, was uns ärgert oder so, sollen wir vergessen? Der hat auch nicht mal alle Latten am Zaun, der Mann. Ist ja auch nicht so, dass das für unsere Entwicklung gut ist oder so. So, einer fehlt. Von da kommen wir. Da waren wir schon. Da auch. Vielleicht haben wir da einen vergessen? Ich weiß es nicht. Möglich wäre es. Es ist auch wahrscheinlich, dass wir da einen vergessen haben. Oder nicht? Hm? Äh. Nö. Okay, mal ganz logisch nachdenken. Wahrscheinlich übersehe ich das Offensichtliche wieder mal. Wie ist es bei mir so häufig passiert. Einer fehlt. Ah, okay. Hm. Was ist das denn überhaupt? Achso, ein Fischkopf. Okay. Hier ist auch nichts mehr zu holen. Ich bin verwirrt. Alles klar. Woher soll ich das denn wissen? What? Let's resume our place before our Adoring founds had to put it. Das war ja doch nicht so schwierig. Äh. Okay, vielleicht unterschätze ich mich da auch so ein bisschen, was sowas angeht. Oder es war einfach nur... ...saumäßiges Glück. Wahrscheinlich war es saumäßiges Glück. Egal. Es geht weiter in den Fischrachen. Und... ...